Hallo, mein Name ist Christoph Hessing und ich bin verantwortlich für das technische Produktmanagement bei Huyscore Synthetik. In diesem Videocast möchte ich den Abminderungsfaktor für Fugen, Verbindungen und Nähte sowie Anschlüsse von Geokunststoffen an andere Bauteile erklären. Für den Einsatz von Geokunststoffen als Bodenbewährung wird in der Bemessung der charakteristische Wert der Langzeitzugfestigkeit verwendet. Diese charakteristische Langzeitzugfestigkeit wird berechnet, indem die charakteristische Kurzzeitzugfestigkeit des Geokunststoffes durch eine Reihe von Abminderungsfaktoren reduziert wird. Die Abminderungsfaktoren berücksichtigen hierbei relevante Einflüsse auf das Produktverhalten, mit denen bei der vorgesehenen Anwendungssituation gerechnet werden muss. Der Abminderungsfaktor für die Berücksichtigung von Verbindungen und Nähten wird gemäß der Empfehlung für den Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewährungen aus Geokunststoffen, kurz AppGeo, mit A3 bezeichnet. Geokunststoffe werden in der Regel als Rollenware in einer Breite von 5 Meter und Rollenlängen von 100 bis 300 Metern auf die Baustelle geliefert. Idealerweise liefert der Hersteller möglichst große oder für die Baustelle passende Rollenabmessungen, um den Verschnitt gering zu halten und einen wirtschaftlichen Einsatz der Geokunststoffe zu gewährleisten. Wenn eine Verbindung oder Naht des Geokunststoffes in Hauptbewährungsrichtungen vermieden werden kann, wird der Abminderungsfaktor A3 mit 1,0 angesetzt. Falls dies nicht möglich ist, können je nach Produkt Verbindungen oder Nähte als Verbindungstechnik eingesetzt werden. Eine Verbindung von zwei angrenzenden Geogitterbewährungen ist zum Beispiel durch einen Steckstab möglich, der in die Maschen am Ende beider Bewährungslagen eingeflochten wird. Eine Naht ist bei flächigen Geweben und Verbundstoffen möglich und kann entweder auf der Baustelle oder werkseitig ausgeführt werden. In beiden Fällen wird die Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 10321 bestimmt und ins Verhältnis zu der Referenzzugfestigkeit des Materials ohne Naht oder Verbindung gesetzt. Wie in diesem Beispiel dargestellt, wurde eine Nahtfestigkeit an einem Gewebe mit 55 Prozent bezogen auf die Zugfestigkeit des Materials ohne Naht ermittelt. Der Abminderungsfaktor A3 ist der Kehrwert der Verbindungsfestigkeit. Da die übertragbare Zugfestigkeit einer Naht oder Verbindung stark von der Kombination des zu verbindenden Bewährungsproduktes und der verwendeten Verbindungstechnik abhängt, ist die Zugfestigkeit immer für die individuelle Kombination nachzuweisen. Ergänzend dazu möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass im Gegensatz zu den eben beschriebenen Verbindungstechniken bei Überlappungen und Anschlüssen von Bewährungen an andere Bauteile, die zu übertragenen Kräfte im Rahmen der statischen Bemessung nachzuweisen sind und nicht über den Abminderungsfaktor A3 abgebildet werden. Ich hoffe, diese Präsentation zum Abminderungsfaktor für Verbindungen und Nähte war interessant für Sie. An dieser Stelle verweise ich gerne auf die Videocasts, in denen wir weitere Abminderungsfaktoren erläutern, die bei der Berechnung der charakteristischen Langzeitzugfestigkeit von Geokunststoffen angesetzt werden müssen. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, informieren Sie sich doch auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich.